Ich glaube, man hat sich das nicht angewöhnt hat, so ein bisschen Zug zu geben und dass man nicht vorgelassen wird. Ja, und immer oben. Eigentlich ist es fast gerade am Anfang. Ja, wir waren da nur vier Tage, oder? Ist es vier Tage? Ja, natürlich. Der halbe Tag sind immer, wenn man den gleichen Tag noch bis mittags fährt. Das fahren wir jetzt ab und packen. Nee, ich fahr mal auch noch mal den ganzen Tag. Vielleicht weiß ich gar nicht, ob wir raus müssen oder nicht. Aber sonst geht man irgendwo. Wir haben ein Gasthaus. Ja, aber viele fahren ja früh, und dann teilen Fälle am Frühstags dann um zwei. Nee, das machen wir. Ich dachte, wir gehen vielleicht morgen noch ins Schnubaital. Das ist noch mal an der Reise. Und das liegt ja eigentlich auf dem Weg nach Hause. Kumpel ist noch am Pitztal. Also, aber Piz hat schon nicht drauf. Im Schnubaital ist aber die Kinder mit zehn Jahren frei. Das ist auch vom Schiefersjahr. Ja, ich bin schon mal selbst ganz offen. Ja, klar. Ich auch. Aber das sehe ich ganz unterschiedlich von Schiefersjahr zu Schiefersjahr. Welche Altersklasse noch frei ist. Also, wir sind letztes Jahr zum Beispiel in Ischke gewesen. Da waren Paul und Karl noch frei. Aber dieses Jahr ist dann Kostkaul schon in Ischke. Und dann war es in dem Bretter war es mal so. Da hatte die Vorsaisonkarte nur 20 Euro am Tag gekostet. Also, alles vor allem. In Davos ist die Schiefkarte, wenn du das Hotel buchst. Also, bei den relativen Hotels, die mit dieser Bergbahn-Gesellschaft gehören. Und dann machen die so ein bisschen. Ja, dann kommen die angeblich. Bei uns ist das Schief. Ja, ja. Und dann muss man halt gucken, dass man sich nicht erwischt, wo die nicht gut separiert sind. Also, die halt das machen. Die halt schnell Kanonen haben und so. Wie Ischke zum Beispiel der Wahn. Die sind offen als jetzt. Das ist normal. Obwohl sie keinen Bretter haben, aber die haben einen flügelen Kanonen. Ja. Ich hab aber schon einen gesehen. Ja. Ich hab aber schon einen gesehen. Und Davos auch. Davos sind sehr viele ein. Ich hab da auch schon nie gesehen. Die machen jetzt auch gut auf, haben sie gesagt. Normalerweise ist es dann relativ hoch. Ja, das liegt doch hoch. Ja, das liegt relativ hoch. Aber es hängt immer davon, was für ein Angebot. Ja, schon. Aber es hängt immer davon, was für ein Angebot Die Saisonkarte für Saas-Fee kostet 200 Euro, die ganze Saison, und Saas-Fee ist die Saison in sechs Monaten hier. Wir haben einen riesen Gletscher aufgenommen. Wenn die Schwarzwaldkarte 500 Euro kostet, oder 400, dann ist Saas-Fee 200. Das ist gut, was wir machen. Wir können es wahrscheinlich billiger anbieten. Ich weiß es nicht, die sind vielleicht ein bisschen im Zinter treffen geraten. Ich weiß es nicht, die sind vielleicht ein bisschen im Zinter treffen geraten. Ich weiß es nicht, das ist ein ganz besorgerer Satz. Aber für uns so weiter. Ich glaube, das Ding ist schick geworden. Das ist der der jetzigen Gletscher. Wir hatten in der Vergangenheit oft über Euro-Trust. Das ist all die Reisen. Wir hatten eigentlich immer so Angebote, wenn man gesucht hat, wo die Kinder frei waren. Also wo dann Kinder sogar im Hotel frei waren. Wenn man nur auf Essen hat, das dann einer Ich meine, die Kinder haben nicht in der Vergangenheit. Ich habe das ein bisschen gesagt. Wir haben jetzt eine Träte an Platz. Ich habe jetzt 30 Jahre Zeit, wenn du das jetzt hierkeepers rastzeig bist. Da muss ich jetzt noch, dass ich jetzt 5 Brunnenということで. Ja, sie muss ich nicht in der Vergangenheit. Und ich habe jetzt noch viel Euro-Trust. Ich habe das, was wir heute mal nicht sagen. Dann machen wir sie in der Vergangenheit. Wenn man in der Vergangenheit ausweller Zeit ist. Sie haben noch es einen Punkt. Sie können auch nicht sagen, dass man es nicht sagen, dass ein paar Euro-Trust. Das sind immer nicht alle, die sind bei uns im Feldberg auch. Das ist ja auch Walder und der Fütter, wo sie hier leben. Da gibt es noch das nächste. Da steht halt Brandnertal noch im Bontofil und Gagelm. Da wird so ein Schafwerk, das ist so großartig. Gagelm kommt schon. Oh, schau mal, die Piste ist noch ... Schau mal, ich sehe jetzt noch gar kein Schifahr auf, die Piste. Da ist aber ... Komm, wenn wir uns noch wieder mal. Ich hoffe, dass es an Weihnachten schon Schnee gibt. Ich hoffe, dass es noch keine Befahre ist. Ja, weil wir sind natürlich jetzt nicht mehr flexibel. Sie ist ja schwanger. So richtig weit weg könnte man nicht mehr. Das kann ja jeden Tag dann durchstehen. Ach so, ist die schon so weit? Ja, ja, Ende Januar. Ich glaube, der Piste-Landschaft ist dann auch ... Das ist auch ein Letcher, gell? Ich hab da ein riesiges Land ... Da geht man nicht mehr in den Woche in den Urlaub. Da kriegst du deinen Kippen nicht zu hoch, oder? Da kriegst du ja manchmal eine Weile auch. Das ist ja nicht so, dass man da das Kipp kriegt und gleich wieder heim geht. Das ist ja nicht so, dass man da das Kipp kriegt und gleich wieder heim geht. Da hab ich jetzt in der Ruhe auch angefragt. Da dürfte eigentlich schon schüttchen. Aber wir haben auch eine Weile. Nö, so bis zum 24. 24. Da müssen wir ja noch schüttchen. Da haben wir noch ein Konzert. Ja, leider wäre es nicht recht. Und da hat sie gleich zwei Konzerne am 24. Ich glaube, es ist der Sonntag. Da ist in der Hose noch eine Schieffree angeboten. Sie meint aber erst mal oben, Michael. Nein, Filipino, Pastor, Futter, fünf, sechs, fünf, vier, drei, zwei, drei, drei. Die müssen wir alle schon einmal. Buchnäuer Ich zeige es. Vielen Dank.